In wenigen Monaten wird Windows 11 veröffentlicht werden. Windows 11 bringt ein paar neue Features mit. Schauen wir doch mal, wie gut sich die Linux-Seite hier schlagen kann. In dem Fall habe ich jetzt hier Ubuntu 21.10. Bleibt dran! Kurz bevor das Video losgeht, kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos. Das ist heute wieder Hosting.de. Hosting.de ist ein mittelständisches Unternehmen aus Aachen, wo ihr günstig unter anderem Webspace oder Cloud-Server mieten könnt. Seit einiger Zeit bietet Hosting.de auch Managed Nextcloud-Server an, also euer eigenes Google Drive, nur Open Source, welches ausschließlich in Deutschland mit den deutschen Datenschutzstandards gehostet wird. Ihr könnt dies komplett kostenlos ausprobieren. Die Jungs von Hosting.de schenken euch dauerhaft 1 GB Cloud-Speicher mit einer vollwertigen Nextcloud 20 dahinter, unter anderem mit Kalender, Kontakten, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr. Ich verwende diese Managed Nextcloud selber privat mit meiner Familie und wir sind mehr als zufrieden. Ihr könnt direkt gleich loslegen. Klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und probiert es kostenfrei ohne Bezahlabo oder ähnlichem aus. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das findet ihr jetzt rechts oben in der Infokarte. Zurück zum Video. Ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen und kommen wir erst mal so zum Design. Wir haben hier einmal unten diese neue Leiste mit einem Startmenü und hier rechts ein paar Informationen zur Konnektivität, Lautsprecher und so weiter, zum Akku, zur Uhrzeit und so weiter. Das Startmenü selber hat hier ein paar gepinnte Anwendungen, nochmal zusätzlich zur Leiste hier unten und wir haben ein paar empfohlene Sachen. Ja, wie gut kann denn da jetzt unser Ubuntu in dem Fall mithalten? Wichtig, Linux hat ja ganz verschiedene Oberflächen, wie das Ganze aussehen kann. Wir schauen uns jetzt die Ubuntu-Oberfläche an. Die basiert auf GNOME 40, falls es jemanden interessiert. Ja, Ubuntu hat ein anderes Konzept. Ich würde nicht sagen, dass es schlechter aussieht als Windows 11. Wir haben hier einmal unsere Favoritenleiste, die sich hier durchzieht. Auch alle aktiven Anwendungen sehen wir dann drunter geöffnet mit diesem Punkt hier beispielsweise. Hier oben kommen wir auf den Arbeitsflächenumschalter. Man kann ganz einfach neue Arbeitsflächen erstellen, indem man hier rechts zu einer neuen Arbeitsfläche wechselt und hier beispielsweise dann wieder drauf geht und beispielsweise jetzt hier den Dateimanager öffnet. Ja, wir könnten beispielsweise auch einfach so LibreOffice öffnen. Nebenbei bei LibreOffice können wir ganz, ganz einfach die Oberfläche ändern. Hier einfach auf Ansicht, Benutzeroberfläche und dann können wir hier in Registern auswählen und wir wählen auf Alle Anwenden aus und dann können wir das Ganze schließen und dann haben wir jetzt hier auch solche Register, wie es vielleicht unter anderem Office-Programme der Fall ist. Ja, darauf wollte ich jetzt erstmal nicht hinaus. Wir gehen erstmal auf Aktivitäten. Hier zu unserem Arbeitsflächenumschalter und dann können wir hier auch die verschiedenen Fenster hin- und herschieben, je nachdem, wo wir hier gerade sind. Beispielsweise den Firefox hier auch nochmal auf ein drittes Fenster und so weiter geht das. Schnell umschalten kann man zwischen den Arbeitsflächen mit STRG, ALT und den Pfeiltasten. Ich denke, das geht auch ganz gut. Ja, kommen wir doch mal zum Menü. Das kann man einmal hier unten unter Anwendungen Anzeigen öffnen oder man drückt die Windows-Taste zweimal schnell und dann kommen wir hier auch in dieses Menü. Ja, das ist bei Linux jetzt hier auch wieder ein bisschen anders bei dem Ubuntu. Wir haben hier erstmal alle Anwendungen. Ah, ich erkenne jetzt selber keine Sortierung. Hier einfach mal in so einem App-Grid und ja, das App-Grid kann man dann auch selber verändern. Irgendwie neue Ordner machen oder das Ganze umschieben und sich da quasi das eigene Grid zusammenbauen, wenn man will. Momentan kann man noch nicht den Kalender hier in diese Leiste reinziehen. Ich bin mir sicher, das wird demnächst kommen. Ansonsten könnt ihr da Rechtsklick machen und sagen zu Favoriten hinzufügen und ja, dann ist es trotzdem in der Leiste. Und ja, die Leiste kann man momentan noch nicht editieren. Das wird aber sicher wieder kommen. Ubuntu bzw. Gnome darunter hat einiges umgestellt. Ich denke, da ist man noch nicht ganz auf der Höhe. Ich bin mir aber sicher, dass das kommen wird. Ja, dann kann man hier eben die einzelnen Anwendungen aufrufen oder wir können hier einfach unseren Suchbegriff eingeben und wir können irgendwas eintippen und dann beispielsweise nach Internet suchen und dann finden wir einmal unsere offenen Fenster, aber auch eine neue Option, den Firefox erneut zu starten und dann haben wir somit ein neues Fenster. Genau, so funktioniert das Ganze bei Ubuntu. Ist ein etwas anderer Workflow als unter Windows 11. Generell würde ich aber sagen, steht hier Ubuntu keinesfalls Windows 11 nach. Hier oben haben wir unsere Benachrichtigungszentrale mit Kalender und heutigen Terminen, wenn wir sie eingetragen haben im Kalender, aber auch hier rechts unsere Lautstärkeverwaltung, unsere Netzwerkeinstellungen sowie hier den Rechner herunterzufahren, aber auch hier nochmal einen Link auf die Einstellungen direkt, wo man dann ja so ziemlich alles von Ubuntu einstellen kann. Ein weiteres Feature von Windows 11 sind diese Snap Layout, Snap Groups Sachen. Ja, je nachdem, ob man die braucht oder ob man die nicht braucht. Die gibt es so auf Ubuntu noch nicht. Also das Einzige, ja, ich denke, kennt ihr alle, was man hier machen kann, ist das Maximieren. Aber was wir natürlich machen können, ist das hier beispielsweise nach rechts ziehen, uns hier ein neues Fenster öffnen von unserem Dateimanager und das hier einmal nach links ziehen. Und wenn wir jetzt hier dann in der Mitte das verändern wollen, dann ziehen sich die beiden Fenster auch automatisch mit. Das funktioniert auch ganz gut. Es gibt auch nochmal ein Plugin, was man installieren kann, was dieses Windows-Tiling noch mehr implementiert. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so den Alltag eines Nutzers in die Höhe katapultiert. Schauen wir mal weiter runter zur Better Gaming Experience. Ja, Gaming unter Linux. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Gaming unter Linux ja nur mit Einschränkungen möglich ist, weil halt eben ganz, ganz viele Spiele, auch viele AAA-Spiele, leider nicht auf Linux funktionieren. Muss man direkt auf diese Spiele verzichten? Muss man nicht unbedingt. Beispielsweise gibt es ja Cloud-Services wie Google Stadia zum Beispiel. Das funktioniert hervorragend auf Linux. Oder Steam, Itch.io und andere Launcher haben wir auch im Gepäck. Viele, ich sag mal, 1, 2 Jahre alte Spiele funktionieren dann auch auf Linux. Falls euer Spiel auf Linux unterstützt wird oder wie gut man das spielen kann, kann ich euch die Seite lutris.net empfehlen. Und dort seht ihr dann so ziemlich alle Spiele, die man dann spielen kann. Könnt ihr hier einmal suchen. Beispielsweise Witcher 3, Overwatch, Warframe, Battlefield, ESO, WoW und noch viele, viele weitere. Könnt ihr einfach mal in den Spielen rumsuchen, wie gut die mit Linux funktionieren. Das ist einmal die eine Plattform, aber auch ProtonDB.com zeigt euch, welche Steam-Spiele funktionieren und welche eben nicht funktionieren. Ja, man muss sich da schon ein bisschen einschränken. Ich denke, wenn du Hardcore-Gamer bist, dann wird das Ganze nichts mit Linux. Ansonsten, wer Casual-Gamer ist, der findet auf Linux auch genug Spiele. Beispielsweise von den Top 100 Spielen auf Steam werden 80% unterstützt. Ja, das spricht für sich. Natürlich, manche Großen nicht. Aber ja, langweilig wird euch nicht. Und Stadia beispielsweise gibt es auch noch, was auch super unter Linux funktioniert. Performance-Technisch geben sich Windows 11 und Linux aus jetzigen Erkenntnissen nichts. Es kann sein, dass das eine Spiel besser unter Linux läuft und schlechter unter Windows. Aber auch umgekehrt, je nachdem, wie gut die Spiele für die jeweilige Plattform angepasst sind. Dann gehen wir mal weiter runter und dann kommen wir zu den Faster Personalized News for All. Neuigkeiten für alle. Ja, da haben wir bei Linux noch nicht so viel. Das Einzige, was wir hier oben haben, habe ich euch schon mal gezeigt, sind hier die Benachrichtigungen. Ja, die Termine. Das Wetter kann man auch noch einrichten. Dafür können wir ganz schnell in die Softwareverwaltung gehen. Hier einmal auf die Suche. Und wir geben einfach mal Wetter ein. Und das müsste einmal die App hier sein. Wir sagen installieren. Geben unser Passwort ein. Und das Ganze wird innerhalb, ja, 10 Sekunden ungefähr installiert. Und jetzt können wir hier oben einmal unseren Wetterstandort auswählen. Wählen unsere Stadt aus. In dem Fall Nürnberg in meinem Fall. Und dann können wir das hier laden. Wenn wir die App dann geschlossen haben, können wir dann hier beispielsweise auch noch unser Wetter sehen. Also wir sehen heutige Termine, Wetter, eine Kalenderübersicht und halt eben alle Benachrichtigungen. Neuigkeiten von irgendwelchen Seiten gibt es hier jetzt nicht. Die Sachen aus der To-Do-Liste sollten aber auch angezeigt werden. Von daher würde ich sagen, ist da Linux auch nicht ganz schlecht aufgestellt. Aber jetzt die Vielfalt, wie wir sie jetzt hier in Windows 11 haben, haben wir jetzt hier nicht in diesem Neuigkeiten-Dashboard. Je nachdem, was ihr braucht. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter runter zum Microsoft Store. Ja, es gibt einen neuen Microsoft Store, eben einen neuen Software-Manager. Den gibt es tatsächlich hier bei Ubuntu 21.10 auch. Er wurde ein bisschen angepasst. Generell muss man aber sagen, ich glaube, ihr seht ja alle, dass der grafisch nicht so das Highlight ist. Wir haben hier zwar verschiedene Kategorien, verschiedene Empfehlungen und hier nochmal ein paar größere Anzeigen. Das Ding ist aber eigentlich sehr funktional aufgebaut. Wenn wir jetzt hier beispielsweise nach Chromium suchen, das ist quasi das freie Chrome. Das richtige Chrome gibt es auch noch. Dann können wir das hier einmal auswählen. Können ihr verschiedene Screenshots anschauen, verschiedene Details, verschiedene Rezessionen und das Ganze installieren mit einem Klick. Geben unser Passwort ein. Ja, und ihr seht, Chromium wird hier gerade installiert. Von daher würde ich mal sagen, ja, der Software-Manager ist jetzt erstmal Standard oder Basic. Viele Extra-Funktionen hat er jetzt nicht. Aber hey, man kann seine Anwendungen installieren oder neue entdecken. Was will man mehr? Nebenbei werden Aktualisierungen auch hier abgehandelt. Man kann bei Linux immer noch komplett selber entscheiden, wann Aktualisierungen gemacht werden sollen. Hier wird es nie sowas geben. Ihr Rechner fährt sich jetzt herunter oder einen Moment bitte, wir installieren noch Updates, bevor wir deinen Rechner richtig runterfahren. Das gibt es hier bei Ubuntu nicht. Ja, das wäre es vom Ubuntu Software Center. Eine Android-APK-Unterstützung haben wir jetzt nativ nicht. Aber genauso wie auf Windows es auch das zuvor gab, gibt es Emulatoren, in denen man dann eine Android-App laufen lassen kann. Das ist ganz schick bei Windows 11, muss man sagen. Ich denke nicht, dass es das in Linux in den nächsten Jahren groß geben wird, weil einfach nicht der Bedarf dazu besteht. Ja, dann haben wir hier einmal die Faster Connectivity with Microsoft Teams. Okay, man kann jetzt Teams direkt aus der Leiste hier starten und mit irgendwelchen Leuten schreiben. Das gibt es jetzt bei Ubuntu natürlich jetzt erstmal nicht so integriert, aber beispielsweise gibt es hier auch Teams zum Installieren. Hier haben wir es, das heißt Team for Linux. Genau, und bringt halt eben die Teams-App natürlich auch auf den Linux-Desktop. Nebenbei Zoom, Slack und weitere Sachen haben wir eigentlich auch alles. Da ist man unter Linux, wie eigentlich gefühlt bei fast allen anderen Anwendungen, sehr, sehr gut versorgt. Die einzigen Anwendungen, die es nicht für Linux gibt, jedenfalls in bedingtem Maße, sind einmal die Adobe-Programme, also Adobe Photoshop, Adobe Premiere und was es da gibt, gibt es so nicht auf Linux. So auch nicht die Microsoft Word-Anwendungen. Stattdessen haben wir LibreOffice, das ist auch eine sehr, sehr, sehr starke Office Suite, die auch immer einfacher wird. Wenn ihr aber auf Microsoft Word nicht verzichten könnt, gibt es auch einige Alternativen auf Linux. Einmal Word Online natürlich im Browser, allerdings auch nochmal andere Word-Pendants, wie beispielsweise WPS Office oder Free Office, die beide sehr, sehr gut mit DocX-Dateien umgehen können. In der Regel besser als LibreOffice. Außerdem gibt es jetzt große Updates auf Windows 11 nur noch jährlich. Insgesamt haben wir auf Linux, wie wenn man Ubuntu LTS verwendet, ich glaube jedes halbe Jahr ein größeres Update. Davon bekommt man eigentlich in der Regel gar nichts mit. Ja, man sieht es irgendwann in der Versionsnummer, dass es dann nochmal aktueller geworden ist. Also das macht Ubuntu meiner Ansicht nach besser als diese riesigen Updates in Windows 10 beispielsweise. Außerdem werden natürlich auch keine Dateien während eines Updates gelöscht. Das ist ja bei Windows letztens in großer Zahl vorgekommen. So was hatten wir hier bis jetzt nicht. Nebenbei hat Ubuntu absolut keinen Online-Zwang, keinen Account-Zwang, keinen Microsoft-Account-Zwang oder irgendetwas anderes in der Art. Auch sind auf Ubuntu keine Hintertüren für irgendwelche Geheimdienste versteckt. Beziehungsweise mit Linux, beziehungsweise jetzt in dem Fall Ubuntu, gehört eure Rechner euch selber und ihr bestimmt ganz genau, was auf eurem Rechner laufen soll, wie es laufen soll und wann es laufen soll. Ja, wem jetzt das Thema hier jetzt nicht gefällt und dem das komplett zu modern ist, dem kann ich auch Linux Mint Cinnamon empfehlen. Das nutze ich persönlich privat, weil es für mich das bessere Ubuntu ist. Dazu werde ich auch demnächst ein Video veröffentlichen. Abonniert dafür gerne meinen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten habe ich auch einen Crashkurs für die aktuelle Ubuntu LTS-Version gemacht. Die ist noch nicht ganz so neu und frisch wie diese hier. Die ist jetzt eineinhalb Jahre alt, empfehle ich aber Leuten, die wirklich mit Linux arbeiten wollen. Das hier ist nur so eine Zwischenversion, die wird auch nicht so lange unterstützt. Die neue LTS-Version mit dem neuen Design und so weiter kommt im April 2022, also noch ein halbes Jahr müsst ihr dafür warten. Und dann könnt ihr euch beispielsweise auch Ubuntu 22.04, diese LTS-Version installieren. Die wird dann insgesamt bis zu zehn Jahre unterstützt. Das ist dann doch schon eine Menge. Ja, man kann auch Linux neben Windows installieren, wobei meine Empfehlung ist, Linux auf eine separate Platte zu installieren, wenn man die Möglichkeit hat. Dann ärgern sich nicht die beiden Systeme untereinander mit dem sogenannten Bootloader. Aber zu sehr ins Detail will ich nicht gehen. Falls ihr Ubuntu installieren wollt, schaut mal in die Endcard rein. Falls ihr Linux mit installieren wollt, was mein persönliches Lieblings-Linux ist, dann findet ihr das auch in der Endcard. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Was sind eure Gründe für Linux? Was sind aber auch eure Gründe gegen Linux? Warum ihr euch vielleicht nicht entscheidet, Linux zu installieren? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.